ja der magische schalter der hat wirklich was geschalten ich habe da in den comments nämlich einen kommentar vom ja ist nicht viel aber M Molder hat kommentiert juhu eine kleine berühmtheit also neben dem stefan von overunity.com und actioner eigentlich sind sie alle hier berühmt ist erstmal wurscht jedenfalls mir ist das schon besser aufgefallen dass der mark auch meine videos schaut und ja bin ich halt mal drauf gegangen und wie der zufall dann so spielt ja habe ich mich da mal ein bisschen durchgesappt durch seinen kanal und da ist mir das hier aufgefallen schutzimpfung für kinder video antwort auf vitamin d ja ich habe mal kurz rein geschaut mark bis zu dem punkt als du gemeint hast dass ihr alle also deine frau und du dass ihr alle standard impfungen habt machen lassen und so weiter und so fort ja und dann habe ich mir überlegt ja was machst du jetzt ist meine sind mir ganz schön viele gedanken durch den kopf gegangen aus dem grunde nämlich weil ja wir selber wir haben ja die zeit ganz gut überstanden ich meine wir sind jetzt so du bist bestimmt noch so um die 30 war also 30 jahre auf der sklaven seite in anführungszeichen ganz gut überlebt auch mit allen impfungen die wir bekommen haben super kleine nebenwirkungen gut bis er wohnen störungen und so weiter na gut kann man alles mal noch so einfach so hinnehmen könnte weitaus schlimmer aussehen sagen wir es mal so ja trotzdem vitamin d ist jetzt gerade ziemlich aktuell wird den ganzen babys eingeflößt habe ich so mitbekommen und früher war es ja so ein bisschen mode gewesen dass die babys zu flur eingeflößt worden ist das machen sie jetzt nicht mehr ist jetzt nicht mehr aktuell jetzt ist vitamin d aktuell wenn man sich jetzt so über den sinn und zweck von vitamin d ein bisschen informiert ein bisschen schlau macht wenn man das so schlau machen nennen kann da fällt einem auf dass die tabletten hier vitamin d dass das angeblich dafür da ist uns die stoffe zu geben die uns normalerweise die sonne gibt tja sonne wir brauchen sachen damit wir stoffe produzieren die uns normalerweise die sonne geben würde und da muss ich jetzt eigentlich weiterreden wer da mal ein bisschen tiefer ins kaninchen im kaninchenbau schauen will kann ja darum einfach mal das experiment von 1972 eingeben und ja da ist es ja schon übersetzung aus dem englischen lest euch einfach mal durch zieht dann mal ein paar schlüssel zu dem was aktuell bei uns so am himmel los ist ja und dann diskutieren wir mal oder so und zum impfen allgemein also ich möchte es jetzt nicht noch mal ganz ausholen einfach nur mal drei würdchen louis pasteur nicht das ist der typ auf dem unser ganzes dieses ganze impf gebäude aufgebaut wurde und die drei wörter einfach mal eingeben nicht unbedingt das erste nehmen sondern mal ja das dritte ist ganz gut ne etwa diena und louis pasteur einfach mal so durchlesen und mal gucken was das süddeutsche zeitung 1995 da ganz offiziell darüber ausgebracht hat soviel zur verschwörungstheorie bis zum nächsten Mal